Musik Was ist mit euch da oben? Die Hände! Das sieht sehr gut aus. Wenn ihr gleichzeitig auch noch singen könnt, dann geht das so. Wow! Wow! Na, gar nicht schlecht! Und dazu begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zu diesem Weihnachtsgottesdienst in einer vollen Schwalbe Arena. Jetzt machen wir sie lauter. Schon vor über 10 Jahren hatten wir als Kirche den Traum, einmal mit über 2000 Menschen in einer Multifunktionshalle auf dem Steinmüller Gelände Gottesdienst zu feiern. Und dieser Traum wird heute Realität. Okay, alles, was ihr habt, Gott! Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Wir feiern Weihnachten, weil die Welt beschenkt wurde. Weil die Welt beschenkt wurde, weil du beschenkt wurdest, weil wir alle beschenkt wurden. Es ist der Retter der Welt. Darum nehme ich dieses Geschenk und gehe zu ihm hin und gebe diesem Weihnachten einen tieferen Sinn. Du machst einen Unterschied in dieser Welt mit deinem Licht, das in dir leuchtet.